Ich muss echt die Nachladegeschwindigkeit erhöhen, das ist schlimm. Von was denn? Von meiner Haftbomben-Dingens. Ja, das habe ich immer als erstes gespielt. Alter! Die Lerobo-Essos sind da! Oh Gott! Small! Ihr wollt euch mit mir anlegen, was? Na kommt her! Verdammt! Eine Haftbombe hat keine Moni mehr! Jetzt habe ich nur noch meinen Loch Nässer. Hilfe! Warum reine ich dein Schlachtfeld rein? Ganz einfach, weil ich Kevin bin. Oh Gott, du bist ein Hallo-Trieb. Hilfe! Ich suche meinen Despenza, wo ist der Dispenza? Ja, das ist auch kein Dispenza, aber gut. Das ist auch noch ein bisschen Moni, sehr schön. Das läuft richtig super. Ja, weil ich im Team bin. Stimmt. Komm schon. Ah, hat man verloren. Was ist passiert? Hä? Wie ist das an Scoutist-Druck gekommen, bitte? Na gut, da wollen wir mehr Mad Milk. Okay, jetzt gehe ich meine Nachleidegeschwindigkeit. Da. Nachleidegeschwindigkeit hier. Okay, ich habe noch ein paar Credits übrig. Statt, dass man keine Credits verschenken kann. Ach, das wäre unfair. Warum? Da pettet man die von so einem Noob, äh... Ja, Abluchsen oder so, keine Ahnung. Oder einer der AFK ist, whatever. Ich habe Mad Milk, now. WTF. Was ist mit dem Typen los, Alter? Was ist los? Mit wem? Wie heißt der? Der da. So, Mr. Sunshine. Hi. Silversone, okay. Hi, Silversone, ne? Falls du das hier siehst. Hallo. Hallo. Hi, Silversone, ne? Boah, das ist super, das Nachladen. Alter. Ja, okay. Ich bin begeistert. Ich weiß nicht, was du willst. Ich habe mir jetzt die Morden Mad Milk ausgerüstet, also. Bäm. Was bringt die Mad Milk eigentlich? Ich habe das Programm auch nur gehabt, um diese Münzen einzusammeln, weil das auch wichtig ist. Was bringt die mich eigentlich? Weißt du, was ein Problem ist? Was bringt die mich eigentlich? Hallo. Jetzt verlangsamt Feinde. Ah, okay. Kann man das auch an den Panzer anbinden? Ne. Nicht? Schade. Alter, mein Knarre lädt schneller nach als mein Schwanz. Ne. Ich weiß, und das sind wir jetzt Play, ich bin ein Gangster. Ja, ich bin ein Gangster. Ah, ich auch. Hä? Scheiße, geht dir ruhig schon los? Echt? Hier geht schon los, Agat? Echt? Geht sich schon los? Ich weiß gar nicht. Ne, zum Glück nicht. Weil mir war nämlich kein Anzeigemitter. Und noch ein weiterer Tipp mir jetzt. Ja, das kommt schon. Hier ein bisschen Provokation machen. Da müsste kommen. Das kommt auch, ihr Weicheier. Frisst meine Shorts. Bart Simpson-Style. Fehrtscheidung. Funktioniert anscheinlich nicht. Roboter haben eh keine Gefühle. Sie ist bonus поп. Robo Craps. 모르 Yellow. Das sind ja immer so. Wir legen sieלciwind. Wenn vraiment superheroes für Liebeieruyorsun. Hat das total viel mit. 我們 false propioFdefioè? Mississa. extinctcık 일본. Ok F4 Boah, ich mag dieses Minecraft wo sich wieder rumfährt Oh, es ist runtergefallen Ey, Kevin, komm mal her Komm her Wo bist du? Komm her Da fällt jetzt gleich so Minecraft da oben vorbei Bestaune es Da ganz oben hier Ey, schubst du mich nicht runter Das sah so richtig episch aus Insurte gefallen ist Hm, ich kann keine Schilder lösen Was ist das? Ich glaube das ist ein Smiley, ein lächelnder Smiley Freut dich auch, ich komme Jaaa Ich wette jetzt gehts los Die springen alle nach Epic Der Pyros ist nachgesprochen Ok I'm happy Also gut, nochmal die Schubuse von vorne Wieder aufkommen zu ziehen Whatever Das ist das, weil du mich abgelenkt hast Mit diesem Spaß da Schau, Alter, wir haben doch genug Zeit Stürmer Wir haben doch genug Zeit Nein, wir haben nicht genug Zeit Alter, da gibt's Leute, die flamen nicht zu, wenn du sowas machst Ja, diesem ist das der Anschein, das ist auch schon so einen fröhlichen Namen Jaaa Gut, das ist Free2Play-Spiele Was nicht viel erwartet Ey, wieso springst du da runter runter, ich versteh's nicht Ich schub sich jetzt runter, ich schub sich runter, ich schub sich runter Nein! Komm her, komm her, komm her Komm, geh her, komm her Komm her, komm her Hallo Komm, stell dich hierher Hierhin, meinst du? Komm her, komm her Nein, 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 das kannst du vergessen Okay, hierhin Verdammt, was mach ich da? Jetzt geh ich mich schon selber Nicht cool Oh scheiße, jetzt geht die Rotte ja los Oh fuck Egal, wer macht den Sekunden zurecht schon los Fuck S-R-Y Aber die Rotte ja los geht Kommt schon, die Bitches, ich mach euch fertig Ich bin euer Zuhälter Das waren jetzt aber vier Stück, die ich da jetzt gekittert So, jetzt aber Nachladen, nachladen, nachladen Kommt schon, Fettsäcke Ich mach euch platt, oder wir machen euch platt, whatever Irgendwie ist das mein Lieblingswort Whatever Whatever Was auch meine Zeitung bei mir Oh, geil Geil, habt ihr das gesehen, Leute? Geil Mann, das bockt sich Jetzt fast hab ich keine Moni mehr Manchmal macht's immer noch, wenn man ein gutes Team hat Okay, jetzt brauch ich neue Moni Moment, aber ich hab noch einen doch messen Ich hab noch keine Moni mehr Ich hab noch keine Moni mehr Ja, wobei mit dem Ding, dieses Resor Ach, der ist ja Moni Moment, Momento, nachladen Oh Gott Die und meinem Apokalypse 2013 Mann, das Let's Play hab ich schon seit 2011 offen Hehehe Aber ich hab's ja nie weiter gespielt Bis jetzt Da ist auch der Das hat früher so ewig gedauert, bis ich ein Pass Habe ich genug Zeit für die jetzt gefunden Und jetzt merkt man doch hoch So, da ist wieder nichts, ja schön Ich hab 700 Leben Wow, wow, wow Ich hab 162 da habe ich die ganze Mütze anfangen kriegt er doch neben aber wir fliegen das ruhig ich wusste ich gar nicht vor ey alter voll krass man voll heftig ey ich schwöre ja ich schwöre ohne Scheiß jetzt ey ja ey oh verdammtes Niper Hilfe oh Gott da kommt wieder kommt wieder ne Horde komm schon nein verdammt das Niper okay ist tot verdammt in dem Moment also nicht noch ein Panzer die Runde oder ist das schon kaputt ich glaube der ist schon tot wenn ich mitbekomme dass er ein Panzer bekommt ja ich glaube nicht oh Gott Hilfe nein nein naja immerhin konnte ich sie ein bisschen Damage schlagen ja das kostet uns also wir gehen hier voll ab wie ein Schnitzel oh ne Scheiß jetzt oh ne Scheiß ne wir gehen ab wie zwei Schnitzel ja gut wie zwei Schnitzel mit Pommes mit Pommes genau und Salat wir haben lecker 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 Pommes mit schnitzel und Salat oh toll jetzt habe ich Hunger und boom wer ist wie der Boss du nie oh Gott Hilfe wow es geht mir nicht die Moment haha oh Gott hier haben wir 3 Leben scheiße ich muss auf der Distanz bleiben darf ich nicht abballern lassen ist die Moment Alter ist gerade so ein Sniper auf mich fixiert geh weg lass mich wow mit dem Kriegschläger umgehauen das Ding haha wie geil oh man was ging kommt ne wir sind schon Runde 3 ne 4 10 Münzen oh fuck die habe ich jetzt auch nicht mehr hoffentlich schaffen wir das oi das wäre ein cooler Einstieg wieder ins Let's Play wenn wir das jetzt schaffen würden wo ist denn der Dispenser jetzt ah das ist da ist er ja ne das ist ein Sentry oder egal ist doch das gleiche na los baue die Sentry oder Dispenser whatever danke das wäre geil wenn ich den Dispenser da drüben platzieren würde dann könnte ich hier jetzt ja wobei ich glaube ich steh mich jetzt hier hin dann kriege ich immer wieder neue Moni vom Dispenser das wäre glaube ich das Beste ne also ich bin bereit ne ich bin bereit alles gut jetzt wieder ein bisschen warten dann ich glaube Speyerplatz habe ich genug ich glaube aber nur ne ich weiß es nicht ich habe doch 200 Gig frei auf meiner Platz das ist ich habe so 80 noch drauf gehabt glaube ich bevor ich jetzt angefangen habe ja 80 Gig das passt doch ja aber ich spiele auf einer Auflösung von 1220 das nimmt schon ein bisschen Speyerplatz weg ja auch stimmt der hat das schlecht aber 80 Gig kommen wir jetzt nicht ja aber Fragsaufnahmen die sind's halt ich weiß das Großen aber 80 Gig das ist glaube ich jetzt echt ja ich glaube ich kann so ne maximal ne da viele Stunde auch glaube ich aufnehmen mit 80 Gig ja ach verdammt hab ich jetzt nicht das auf ähm aufhör zu aufnehmen dann ach was der beendet dann einfach also das Spiel wird dann wahrscheinlich mitten äh mitten unterbrochen werden wenn der Speyerplatz voll ist ne also nur so als Warnung ah das war viel zu früh obwohl oh Gott Hilfe bist du Manny ich glaube ich mach's jetzt von da aus ich mach's blind oh weil ein bisschen sollten wir vielleicht schon sehen ich sehe dass wir gewinnen oh mein du bist ein Bonk Scouts da alter alter schon wieder der Panzer dauer wir künftig sind da immer um die Panzer also Respekt also ihres Respekt das ist echt super an demjenigen der sich um die Panzers kümmert ne ja ich bin auch mit seinem Samen das war eigentlich mein Job ist hey die blocken mich zu so die Scouts sorry dass ihr gerade meine Maus hört aber hey hier da kommt noch ein paar zu achte kommt noch einer ja wie saus oh Gott da kommt Paios komm ich doch dem ja auf einmal Platzieren nee frisst Blei ihr Roboter Arschi Arschi ordentlich ganz schön viel Geld da müssen wir sie rein nein sei vielleicht auch nicht vielleicht auch nicht Hilfe als Geld bin ich mach ich ja sag ihm wenn ich tot bin woilan wie aber es weiß Umb und die solche hier Mannheim der sollte man doch abstecken beißen ar ja am noch mit dem Rücken geschossen So eine Pussy. War's das schon? Da ist noch einer. Ah, da kommt jemand was. Du brauchst hier nichts, du verdödetest. Ingenieur mit deiner Engie-Action. Das ist der dritte Auge. Ja, genau. Also Respekt an alle, die hier mitspülen. Ja, die Panzer haben es echt super. Ich weiß aber, dass sie gut hier weg geht. Oh, Spy. Verdammt, da kommt ein Soldier. Oh, da komm ich dazu. Für die Horde. Für die Horde. Nein, komm schon. Verdammt, ich hab keine Crit-Resistenz. Da fällt mir ein, ich hab dich am Anfang reich geskilled. Oh fuck. Verdammt. Okay, das gehe ich natürlich meine... Boah, was gehe ich denn? Munition... Nee, Schussverkenz. Und Schaden wäre auch nicht schlecht. Und Munition. Nein! Ich hab ne Münze verfehlt. Sechs Münzen! Awww. Nicht wahr, sechs Münzen. So. Egal, wir haben es trotzdem geschafft. Obwohl ich mich anfangen vergessen habe zu skillen. Fell. Gut, das war Runde 4. Sechs Münzen! Sechs Münzen! Oh, jetzt gehe ich die Welt unter. Wer hätte einen Bonus bekommen. Von 100. Okay, ich bin fertig geskillt. Okay, ich bin fertig geskillt. Ich glaube meine Huffpuppen one-hitten jetzt. Huffpuppen! Also... Maximal Performance. Das Achievement habe ich gestern auch bekommen. Achso, er bereits auch. Ich glaube, die Wartezeit überspringe ich, damit ich Speicherplatz sparen kann. Also bis gleich, Leute, ne?